Von Köflach kommend gleich nach der Ortshainfahrt Maria Lankowitz befindet sich linkerhand schon seit 1958 die Fleischerei Kranzlbinder. Nicht allein die hohe Qualität der Produkte, sondern auch die freundliche Bedienung zeichnet diesen Betrieb aus. Ja und da hat man die Lankowitzer Salami, ist inzwischen schon ein Renner geworden bei uns im Geschäft, weil es einfach ein ganzer Naturprodukt ist. Steirisches Qualitätsfleisch vom Weststeirischen, vom Stuhlbaumachsen, das Rindfleisch. Total ohne Geschmacksverstärker, ohne Farb- und Aromastoffe sowieso. Ein Handwerksprodukt, was aber sehr wenige Handwerksbetriebe produzieren, weil es eine sehr aufwendige und eine sehr schwierige Geschichte ist, Rohwurst mit Schimmerbelag zu erzeugen. Aber es ist einfach eine Freude, wenn so ein tolles, fertiges Produkt dann da ist, was eigentlich nicht jeder machen kann. Und was die Kundschaften dann sagen, sowas kriegen eigentlich nicht sehr oft und in der Qualität. Wir machen die in verschiedenen Kalibern, vom kleinen Snackwürstel, was man auch den Kindern als Jause mitgeben kann, bis hin zum großen Kaliber, was wir für den Aufschnitt verwenden. Und den kleineren, was man als Geschenk mitbringen kann, als Mitbringsel aus Maria Lankowitz, gute Lankowitzer Salam. Auch das reichhaltige Zusatzsortiment im Geschäft, wie zum Beispiel Kaffee, Reis, Schokolade und so weiter, stammt aus fairen Handel. Gewürze, Tees vom Sonnentor. Kernöl, Weine und im Sommer frisches Gemüse stammt aus dem Vulkanland rund um Straaten. Vergewissen Sie sich selbst von der Hundqualität der Genussfleischerei Kranzlbinder in Maria Lankowitz.